jo liebe leute weiter geht's mit heute mit fifa 21 und dem auswärtsspiel in berlin heute steht pokal an zweite pokalrunde und ja so ich weiß was gambula da öfters mal spielen wird er durfte heute spielen auf jeden fall und wir versuchen es heute mit dem nächsten spiel in berlin da möchte ich gerne heute den nächsten schritt machen berlin berlin wir fahren nach berlin leider nur in runde zwei bisher so mal gucken was heute drin ist und danach geht zu hause gegen ferl okay aber jetzt erstmal kotze tritt um das tv pokal es wird definitiv alles anders als einfach werden das ist klar und pipa hat mir im letzten spiel überhaupt nicht gefallen nämlich mal komplett raus heute und probiere es noch mal mit ciao ja wie gesagt der hat mir nicht so gut gefallen ich muss mal probieren die beide defensiven sind nicht so wie sicher wie ich das gerne hätte ich probiere es mal mit der neuen in verteidigung wie gesagt ich kann jetzt ein bisschen experimentieren es ist halt wir sind die krasse außenseiter das muss man einfach mal sagen wir sind der drittligist wir wollen natürlich weiter kommen aber keiner reißt uns den kopf an wenn wir da heute nicht weiter kommen und insbesondere auch nicht von mir wenn man natürlich ein spieler wobei ich mega viele chancen haben und der gegner macht ein tor dann ärgere ich mich natürlich klar aber eigentlich sollte das kein problem sein heute da naja wieder mal sein der falsche tasten reingabe ist egal kommt scheiß drauf ich habe jetzt auch diese die noch nicht so wie gesagt berlin berlin wir fahren an berlin heute das außer spiel über der hertha so auswärts spiel defi pokal hertha bs berlin ja mal schauen es wird natürlich jetzt hat das war das schön in der zweiten wasser das wort das das war schon in der zweiten pokalrunde auswärts im bundesligisten erwischt ist natürlich alles andere als gut werden und zwei drittligisten gehabt oder so und vielleicht weiter zu kommen aber hier wie gesagt aber das wollte große wunder dinge wir haben relativ junge mannschaft haben eine gute umgebaute mannschaft und versuchen natürlich unser bestes aber die hertha tatsächlich dieses mal packen können aber es wird nicht einfach werden nicht nur sie gab sie das 0 3 und das hoffe ich mal wir haben auch ein bisschen geändert muss ich sagen in verteidigung der linksverteidiger neue figurin neu geholt von galataserei luzano von der ap also ich muss auch sagen die hertha das ist die harte nuss die haben echt gut umgerissen wir haben auch viele neue spieler gold mal schauen diese mannschaft wird sich ich hätte sie kriegst mal einsetzen können mich ehrlich bin scheiße ja ich bekomme ist es dafür spielen wir jetzt irgendwie so noch zu wichtig dass ich so jetzt die so auftakt hat das stößt an pokal zweite runde mal gucken wie es halt aber so ein bisschen offen halten können so lange wie möglich auf uns halten können vielleicht lange nun entschieden in fächer peter schießen oder so ein bisschen was machen und jetzt ja mal platte der hat jetzt die krisen schon genauso dann führung zu bringen macht er jetzt fünfte minute so stelle ich mir natürlich den auftrag vor ich wollte das eigentlich lange 00 halten irgendwie vielleicht in der verlegen oder mit dem der schießt das sind klar zu machen aber wenn ich das in der regulären spielzeit machen kann warum nicht wir führen mal 1 0 traf im lübeck der traf lübeck nach seinem feldschuss und mit meter beim meter und jetzt macht er auch hier sein tor aus dem spiel aus dem spiel heraus kann das wohl ein bisschen besser so wenn ich hatte 1 0 zweites defil pokal tor traf gegen braunschweig in der ersten runde und jetzt geht's gegen die berliner hertha wenn nicht wer er werde ich eher wer dann ich hoffe du oder sagen mal dass er fit bleibt also nicht sich jemand verletzt man macht ja der ist gut der ball und jetzt kann man noch mal machen man bei all platte schuldigung wir waren weltklasse gespielt guckt was der schule macht und nach elf minuten schütze schöner hinten reingedreht und es ist wieder ist es wieder ein konter gewesen ballverlust der hertha vorne in der vorwägung und am 204 diesmal kommt ja nicht dazwischen so nächster ballverlust der berliner achte ich auch noch nicht durch das man kriegt das keine sie braucht den ball in den laufenden ist kein zähler aber gut egal hat der ball der fin der berliner und da macht sagt cola sind an mir kommt der damals überhaupt nicht vorbei ecke berlin 17 minuten ja gut gelöst gut rausgehauen ruise lab passt aber wie gesagt 2 0 hertha boritz drei tore aber ich habe auch schon das ein oder andere spielverzockt einer 2 0 führung deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen sprich hier wenn die möglichkeit es gibt die tore machen die chancen nutzen jetzt haben wir mal ludewig der überhaupt da alleine komplett alleine steht war aber nicht ins tor bringt 23 minuten hier mit diesem brust annahme lässt du den verteidiger der berliner aussteigen und dann verhindert wurde sogar das 0 3 und jetzt hat die platte da gibt es den abstoß über dieser treiber nach der ecke mit dem kopf berlin ist der bundesligistisch führend 2 0 nach ca 25 minuten bei den bundesligisten ziel ist natürlich jetzt erstmal die dritte runde so weit wie möglich in den führung zu kommen jetzt werden wahrscheinlich sagte er gibt ecke okay ich habe jetzt eigentlich auf den pfiff gewartet jetzt habe ich gar nicht kurz gezögert weil jetzt war für mich auch ein faul so ecke nächste ecke bussola klärte mal kunja viel viel glück dabei das cordobody ball nicht vorbei bringt am spiel am stürmer naja aber im tor schon aber nicht im tor bringt naja ok passt wunderbar die hatte kommen jetzt ein bisschen besser in die partie aber wie gesagt wir führen unser spiel mit 2 0 wir haben es wir haben zwei chancen gehabt die haben wir beide genutzt und weil berlin genau den fehler mal diese bälle zu verlieren hier vorne in der vorwärtsbewegung immer wieder dieser ballverlust in der vorwärtsbewegung dann laufen sie genau den konter und jetzt haben sie zweimal glück gehabt dass ich jetzt diesen bald ich andere ließ dies ja niemanden bringen ja ballverlust ja aber gottwald macht das links wieder ziemlich fest platte der ball im rückraum war nicht ganz unwichtig ja wie gesagt kurz vor der pause steht es hier wie gesagt immer noch 2 0 berlin hat noch nicht wirklich eine wirkliche situation chance gehabt ja doch haben sie schon noch zwei chancen und wieder dieser ballverlust mit tempo geht vorbei mama ecke ja konnte war doch nicht wirklich viel traurig hat sich zum ballkontakt da ein verfehlten torschuss sind immer eben gesehen den ball den er nicht unter brachte so damit ist pause 2 0 der zwischenstand in berlin doppelpack felix platte 11 15 16 5 und 11 minute so ist es richtig mein gott und ja kann man so mal bringen so die zwischenstände eben kurz glatt bach heidenheim 1 1 0 hamburg bielefeld 1 1 für buch rum 0 0 zur pause und wir führen hier mit 2 0 bei der harter so zwei daten ist angestoßen haben durften wir mal gucken ob wir jetzt wieder so nahe geschichte ist und können sogar 3 0 vielleicht zur bau doch zu bringen ja da war es ist gut der war vollkommen ganz gibt blöd gespielt der kommt jetzt ein bisschen besser wenn die partie und dann steht zwei hertha davor stelle man nach vorne von tippa und dann machen sie den 1 zu 2 anfluss treffer und es ist losano und plötzlich ist der wix city club wieder in der partie und da haben wir uns ein bisschen zu offen gestanden und es ist wieder mein gott der fehler dahinten über die hausen ohne probleme kommt er durch wieder kolasinag da überhaupt nicht in die situation kommt und dann macht der bundesliga ist das was er machen soll nämlich seine tore das war die erste zwei mal zweite gute chance die sie dann genutzt haben aber okay alles ist gut ist wir führen wir haben doch alles im griff erst mal zumindest wenn die berliner das weiter so machen wie sich diese ballverlust in der vfg bewegung die wir momentan drin haben weil die da drin sind in der partie und jetzt haben ein bisschen glück gehabt dass kolasinag hoch kommt oder sagt ich nütze die chance grüger jetzt mal über die außen war der ganz ganz alleine davon über die außen waren jetzt kommt die flanke auch nicht wirklich schade das wäre vielleicht ein bisschen was drin gewesen jetzt hat ja auch gut gemacht gut gelöst platte platte diesmal bisschen besser berlin kann es auch mal wieder klären jetzt gerade die möglichkeit dass die flanken nicht wirklich präzise ankommen ist gefällt mir gerade nicht mal kurz hier ist das gerade ein bisschen zu offen wie dazu so einfach nein keine fehler keine fehler also ein bisschen mal ein bisschen durchatmen müssen in ruhe reinbringen 73 minuten wieder der an der hartaner die jetzt komplett in der partie drin sind das gefällt mir überhaupt nicht werden so viele gute dadurch durchgesetzt sie können und plötzlich jetzt auf 75 minuten mit diesem sonntag schutz 1 2 2 wir haben sie zu sehr wieder dass wir ein kong das ist jetzt zu sehr bestanden hat stand eigentlich zwei er noch 2 2 0 es war eigentlich alles im griff wir haben sogar die chance das dritte tor zu machen und jetzt kriegen sie steht berliner dabei der kommt überhaupt nicht in zwei kampf und treu nur kann nichts viel machen scheiße zu einfach und das ist das was ich meine das ist viel zu einfach alles momentan ist was passiert und das ist das was ich mir ist mir ärgert worden wenn du dann die chancen hast konto war der kommt überhaupt davon gut zurecht gottweit hat jetzt mal ein bisschen besser gemacht ja gut gelöst gut krüger krüger nein schmolo ähnlich mal so ein zum ball festgemacht so jetzt kann ich mal ein bisschen wechseln muss ich ein bisschen durch wechseln so auch meinen jungen talent mal da bringen ich muss mit dem offensiv wechseln ja die bringt natürlich jetzt mal noch ein bisschen mehr offensiv und wir kommen jetzt erst mal so ein bisschen zurück das kunja setze ich ohne probleme gegen brüchel ab durch setzt sich gegen den nächsten durch du sie gott weil kocht erst mal den verteidiger ab jetzt kann das als kam oder kann zu machen und es ist keine abzeit 23 90 minute endlich man kann doch noch diesen entscheidenden konter setzen ja angefangen bei der den ball abgefangen hat und dann ging es eigentlich relativ schnell gottweit dann der ausmacht krüger und kann wurde aber dann einfach mal kurz ich mach da denken schon irgendwie der pokal hält jetzt erst das pokal tor zeit ab hier dritte runde willkommen auswärtssicht in berlin und es hätte auch durchaus anders laufen können felix platte seit doppelpack seit früher doppelt schlag der erhebte diesen sieg hertha kam noch mal an 1 zu 2 2 2 2 und damit ist das thema gegessen hertha kriegt wieder den ballverlust vorne so gehen wir heute die halte 3 11 minuten das ist immer schon was 2 0 felix platte da da schon ein schul einfach mal kurz den ball vorbeilegt das einzelne war der fünf minute dann 22 ja stark haben wir haben sich die mehrere der langen abzieht und in der zwischenrektion merkt man schon so ein bisschen nach der hat den 23 minuten quasi die anschließende ecke platte der den ball vorbeilegt da war noch so ein bisschen die welt in ordnung aber dann 29 minuten hertha wieder komplett drin in der partie korte war der war hier noch vorbeizieht und zwar ganz knapp wie weit sie denn natürlich auch sein erstes tor machen können aber da kam die fünste und wir sagen also treffer 1 zu 2 nur noch viel zu alleine gelassen dahinten drin was ist es mir war blöd klar und dann die 75 minuten zack zack wobei ein charakter war wirst du dann doch noch jubeln und da war hertha wieder komplett drin in der party lag war da war ich dran das ding zu verlieren oder das ding zu verlieren und da kam die nutzte und doch noch kam wohl ab zum pokal hält gerade eingewechselt ich dachte mir übrigens jetzt auch für die verlängerung und er sagte fast verlängerung ich mache das ding in der regulären zu 23 feierabend hertha ist raus wir sind in der nächsten pokalrunde pokalrunde runde nummer drei und da bin ich auch ziemlich happy gerade drüber dass wir das ding gekriegt haben so glaubt nach heuten heim 1 1 da geht es nämlich in die verlängerung die anderen partien konnte ich gerade nicht auch kommentieren das hat aber noch gesehen vielen dank dass sie kurz rüber gekommen sind um uns ein paar fragen zu beantworten gott sei dank so können sie den titel holen klar können wir den titel holen dann könnte man nämlich schon in der nächsten saison in der europa league spielen da soll zweitig ist aber mal gucken was halt drin ist wieder mal platte ja grandioser auftritt hat er gut gemacht definitiv den frühen doppelschlag das war das was halt am ende noch der ausschlaggebende punkt war ja durchaus war das glück weil hertha war in dem moment drin so wichtig dass wir das ding gewonnen vielen dank für diese aussagen und das nächste spiel jetzt geht es in der liga weiter also nicht jetzt sondern morgen geht es in der liga weiter mit in meinem spiel gegen den sc fair bis dahin und tschüss im und die 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 die